Die Auer mit Pavel Dotschev sind gern gesehene Gäste in Halles. Der letzte Auer Sieg beim HFC am 18. März 1988. Fast 36 Jahre her. Sechste Minute der HFC zuletzt 0 zu 2 in Unterhaching. Das ist Bonga. Tarsis Bonga auf der Innenbahn gegen Jakob. Er sucht Berko, aber Danhoff kann klären. Auer mit Pepic für Majeczak. Die einzige Änderung zum 0 zu 0 gegen 1860. Ball läuft über die linke Seite. Das ist Kilian Jakob. Und dann Marcel Beer. Fährig frei. Der HFC hat mit 51 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga. Heute Niedfeld und Vollert in der Innenverteidigung keiner bei Beer. Zwei Mal fliegen Bälle in den Strafraum. Tennisbälle von Philipp Schulze. Als Protest gegen den Einstieg von Investoren in die DFL. Schiedsrichter Nico Fuchs muss die Partie für 3 Minuten und 22 Sekunden unterbrechen. Die 20. Minute. Martin Mendel im Tor immer als Anspielposition gedacht. Vukancic versucht es. Aber Baumann ist dazwischen. Dominik Baumann 1 zu 0. Sein 13. Saisontor. Und da bricht so viel Frust raus nach diesem Treffer. Baumann kennt natürlich das Aua-Aufbauspiel über Mendel. Er spekuliert geschickt und verwandelt aus Spitzenwinkel durch die Beine von Mendel. Hinter diesem Treffer steckt ein HFC-Plan. Das sieht man auch an der Freude von Zreto Ristec. Das sieht man aus. Genau so sollte das laufen. So hat er sich das vorgestellt. Minute später. Jakob im Doppelpass mit Stefaniak. Vorteil Aue. Kein Foul an Stefaniak. Gibt Pfiffen. Der lange Ball. Marcel Bär hebt den übers Tor. Baumann trifft. Bär noch nicht. Bleibt bei 10 Saisontoren hängen. Ein einfacher Ball. Hebelt die HFC-Abwehr aus. Lofo Lomo und Vollert können Bär nicht mehr aus. Aufnehmen. Intensives Spiel mit vielen Offensiv-Aktionen. Geirett. Bonga auf der rechten Seite. Mit schöner Finte. Tarsis Bonga. Sechstes Spiel für den HFC. Er ist fleißig, so Ristec. Bisher allerdings hat er weder getroffen noch assistiert. 38. Minute. Gute Marvin Stefaniak bekommt den Ball noch mal zurück. Und hat da sehr viel Raum. Stefaniak. Flanke. Gut. Kopfball. Noch besser. Schikorra. Der Ausgleich. Erste Saisontor für den ehemaligen Zwickauer. Schikorra, der so gut mit Pepic auf der Doppel 6 harmoniert. Ein exzellenter Kopfballspieler. Beim FSV hat er sieben Mal per Kopf getroffen. Auch hier setzt er sich wunderbar durch gegen Niedfeld. Auch auf der Auerbank gibt es eine Explosion. Reserviert das Trainer-Duo Docev und Emmerich Kurzer-Rempler. Das reicht. 41. Minute. Sijaric berührt Berko. Niko Fuchs entscheidet auf Freistoß. Geyret hat im April beim 5 zu 2 gegen Auerbach direkten Freistoß getroffen. Jetzt wieder das Duell gegen Martin Menel. Und wieder ist der Ball drin. Noch abgefälscht von Boris Taschki. Mit dem Kopf will er abwehren. Fälscht letztlich jedoch unhaltbar für seinen eigenen Torhüter. Für Martin Menelab, der schon in die linke Ecke unterwegs ist. Ein Sieg wäre die Erleichterung für Sreto Ristic. Das Spiel hat keine Pause. 46. Minute. Kylian Jakob, so frei. Auf Marcel Beer. Und wieder ist der Ball drin. Der Ausgleich. Beer, da ist es. Sein elftes Saisontor. Lofo Lomo und Vollert kommen in der Zentrale zu spät. Niedfeld war auf den Flügel rausgerückt. Die HFC-Defensive kann die Führung zum zweiten Mal nur Minuten halten. Pavel Dotschev. Seine Mannschaft kann bei einem Sieg auf 38 Punkte springen. Von dort sind es nur sechs zum Relegationsplatz. Neunte Minute der Nachspielzeit. Freistoß. Thunai Dennis ist in dieser Disziplin ein echter Künstler. Perfekt. Dieser Ball auf Bonga. Sehr auffällig. Aber weiter kein Treffer für den HFC. Der Ball allerdings auch schwer zu nehmen. Sein letztes Tor erzielte Bonga für Chemnitz gegen Halle. Vor ziemlich genau vier Jahren unterwegs. Allerdings spielte er noch für Bochum, Braunschweig und 1860 München. Pause in Halle. Aue will mit einem Sieg das Derby gegen Dresden zusätzlich anfeuern. 53. Minute. Bonga im eigenen Strafraum. Und dann Sijaric. Und Philipp Schulze. Die Leihgabe aus Wolfsburg mit fantastischem Reflex. Drei Halenser klären den Ball nicht, sondern legen auf für Sijaric. Der dreht fast schon zum Jubeln ab. Aber dann die Sensationsparade des 21-jährigen Torwarts. Der viermal im Wolfsburger Kader stand unter Niko Kovac. Aber nie in der Bundesliga zum Einsatz kam. Bitter für Aue. Niko Vukancic muss raus. Schlüsselbeinverletzung. Die Konstantin aus Defensive. Verletzt sich im Zweikampf mit Dominik Baumann an der Strafraumgrenze. Fällt unglücklich. Wird lange behandelt. Für ihn kommt Erik Majeczak. Er, der im defensiven Bereich alles spielen kann. Verlust auch beim HFC. Für das Spiel in München verliert Halle Timo Geyrett wegen fünfter gelber Karte. 65. Minute. Aue verteilt den Ball geschickt über Taschki. Und in der Zentrale immer gesucht. Marcel Beer gegen Vollert. Beer geht zu Boden. Und es gibt den Elfmeter. Und Rot hinterher. Korrekt. Der Ball hat keine Chance den Ball zu spielen. Er will nur Bärs Aktion verhindern. Reißt den Stürmer um. Aue. Bisher drei Elfmeter. Zwei waren drin. Einer davon verwandelt durch Stefaniak. Der tritt jetzt an gegen Schulze. Gerade mit dieser Monsterparade. Gelingt ihm noch eine? Sie gelingt nicht. Marvin Stefaniak mit seinem vierten Saisontor. Der Ball perfekt getreten. Schulze hat die Ecke. Kommt aber nicht dran. Aue. Der erste Sieg in Halle. Nach Mauerfall. Er rückt näher. Drei zu zwei Führung. Und Überzahl dazu. Docev scheint noch nicht wirklich überzeugt. Und in der Tat der HFC mit viel Willen. Keiner ließ den Kopf hängen. 76. Minute. Huck auf. Skanderovic. Mere Skanderovic. Der Montenegriner der von 1860 München kam. Dort viermal getroffen hatte. Noch nie allerdings für den HFC. Heute sein zehntes Spiel in Halle. Aue. Mit durchdachter Offensive gegen zehn Halenser erst kurz vor Schluss. Mirnis Pepic. Zwei Tore schon. Beide in 2024 jeweils zu Hause. Macht das gut. Pepic. Vorbei an Niedfeld. Aber eben auch am Tor. 88. Minute. Da kommt nochmal Danhoff. Auf den eingewechselten Meuer. Und wieder Schulze. Meuer hatte beim 3 zu 1 Sieg im Hinspiel getroffen. Auch dort hatte Aue wie heute eine Hallenser Führung gedreht. Halle wehrt sich. Halle müht sich. Aber am Ende gewinnt Aue mit 3 zu 2. Der HFC bleibt im Abstiegskampf hängen. Aue gewinnt nach fast 36 Jahren mal wieder in Halle. Die perfekte Vorlage für das Derby gegen Dresden. Die perfekte Vorlage für das Derby gegen Dresden.